Und wir sehen uns, wo ich Jesus responde, allmunde deoi, bringt dir die Hoffnungsbödschaft mit Redner Walter Niefelt. Liebe Freunde, liebe Bräder, liebe Sester, Vorken im Leben habe ich Angst vor Gott. Ich lebe Gott, wo du eine Reitstunde in uns jeden Stufen wählst. In der Bibel sagt, dass ich sie auch in ihren Stufen däde. Die Bibel sagt uns, dass Gott uns sehr leift. Ich stoffte Sinn, wenn wir nicht umdrehen, wenn wir den nicht bezeichnen. Aber ich würde viel überwählen mit uns Gemeinschaft haben. Jesus sieht das mal so, zu seiner Schiele, Lukas 22, 15. Ich habe gerade das Verlangen gehabt, mit dem Taub, das mal zu essen. Jesus hat ein großes Verlangen mit seinen Schielen, mit seinen Freunden. Taub in Unkast däde. Ist das nicht wunderbar? Dass Jesus Gottes Sehen ein großes Verlangenhaft mit uns taubt däde. Und da das nicht der Einzige steht, das ja auch noch andere steht in der Bibel, die von dort reden. Die Bibel sagt sogar im letzten Buch, dass er unsere Deerstätten anklappert. Und wenn wir die Deer aufmachen von unserem Hort, dann kommt er nicht in uns Hort und dann wird er mit uns taubt eten. Gemeinschaft haben. Eterhaft mit Gemeinschaft zu tun. Jesus würde mit uns taubt spizieren. Koffer drehen. Terrorieren drehen. Ich weiß nicht, in welchem Land ihr seid. Und was für eine, wo sie Gemeinschaft haben. Aber er würde einfach wollen, dass wir mit ihm taubt setzen. Und dass er uns von dem mitteilen kann, wird er froh da für uns haft. Und dass wir amokt jene mitteilen, was wir in unserem Hort haben. Von daher lohnt Jesus die Ehren. Und er sagt, ich will mit die Unkast eten. Bist du reit, am abzunehmen? Herr Jesus, danke schön, dass du uns so sehr lebst. Dass du das Verlangen hast, mit uns taubt zu eten. Mit uns Gemeinschaft zu haben. Und von daher lohnt wir die Ehren. Komm in uns Horten hin. Komm in uns Hüssen hin. In unsere Familie. Wir lohnen die Ehren, bei uns am Desch zu sein. Und wir wollen mit die Gemeinschaft zu haben. Ich bete mich in dein Name, Jesus. Amen. Warte im nächsten Mal mit Hoffnungsbotschaft. Musik 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 Musik